Der Einsatz da unten in 1973, der war auch komisch. Ich war damals zeitlich so eingespannt und bin erst am Donnerstag oder so mit dem Porsche-eigenen Flugzeug nach Palermo mitgeflogen. Ich bin da hinten drin gesessen zwischen Motoren und Felgen und dann komme ich in Palermo an, dann holt mich ein Monteur ab und ich heile natürlich, dann sagt er, was willst denn du hier? Ich sage, ich habe die Chance gekriegt, ein Werksauto zu fahren. Dann sagt er, das ist kaputt, das ist nicht mehr da. Und dann haben wir mal mit dem Herrn Singer, der verantwortlich war, geredet und dann sagt er, ja gut, vielleicht können wir ein Muletto, das heißt ein Muletto ist ein Trainingsauto, mit dem alle Fahrer fahren, alle ohne Rücksicht und Verluste, also der Muletto muss viel aushalten. Vielleicht können wir da einen richten und das war dann auch so. Die haben also von Samstag auf Sonntag die ganze Nacht gearbeitet an dem Auto und am anderen Morgen kommt dann der Monteur wieder per Achse angefahren und sagt, oh ich sage dir, mit dem Auto täte ich keinen Meter fahren. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der alten Schule. Mein heutiger Gast entführt uns in eine Zeit, die man sich aus heutiger Sicht kaum noch vorstellen kann. Eine Zeit, zu der bei Porsche fast jeder Mitarbeiter jeden anderen gekannt hat. Er gehört nämlich zu einem der acht ersten Auszubildenden nach dem Krieg und hat den Aufstieg Porsches zum Weltkonzern hautnah miterleben können. Sein Traum war es aber eigentlich immer, hinter dem Lenkrad eines Rennwagens zu sitzen und wie ihm das gelungen ist, das erfahrt ihr in dieser beeindruckenden Zeitreise mit meinem heutigen Gast, Günther Steckkönig. Auf der Sonnetüt-Rennstrecke, die nahe Stuttgarts, außerhalb Stuttgarts liegt, das ist eine normale Straße, eingebettet in Wald und Wiesen, also auch landschaftlich wunderschön. Und gleich nach dem Krieg, mein Vater war auch im Krieg, acht Jahre lang, und als er zurückkam, hat, ich denke, das war 50, 51, 52, haben die ersten Solitude-Rennen wieder begonnen, natürlich mit Material, das schon sehr vom Krieg noch behaftet war. Aber auch das war hochinteressant und da hat mich mein Vater mitgenommen. Und da sind wir hin als Zuschauer. Und sowohl auch Motorräder haben mich da interessiert. Und ich erinnere mich noch, dass bei den Autos, da war die Marke Veritas, eine begehrte, tolle Marke. Und da fuhr auch Karl Kling, der ja auch im Raum Stuttgart lebte. Und da ist man also mit Begeisterung hingegangen. Und wenn man jetzt von dem Völkeren damals spricht, muss man auch dazu wissen, dass das für Stuttgart eine Riesenveranstaltung war. Da war in der Nacht vom Samstag auf Sonntag, wo das Rennen dann stattfand am Sonntag, keine Polizeistunde. Da war also in Stuttgart die Hölle los, wenn man so will. Die Menschen waren da auf den Beinen, in allen Kneipen war irgendwas los. Und diese vielen Menschen oder viele von diesen Menschen sind dann im Morgengrauen zu Fuß Richtung Rennstrecke gepilgert und sind dann zum Rennbeginn eben da gewesen. Was vorher auch in den Trainingstagen schon passierte, ist, dass viele an den Hängen zur Straße, zur Rennstrecke runter, an den Hängen wurden mit Pickel und Schaufeln, wurden Sitzgelegenheiten eingegraben in die Erde. Und damit man dann dort auch einigermaßen sitzen kann. Vieles haben sich auf Bäumen etabliert. Also das war ein Bild, gewaltig. Und den Tag bevor oder auch manchmal zwei Tage vorher wurden diese Plätze schon bewacht, auch bei Nacht. Dass die nicht am Sonntagmorgen plötzlich bewertet werden von den Falschen. Also das so drumherum an der Geschichte. Und was dann jetzt für mich speziell als jungen Burschen, ich war damals 16, Interessierte war, wir sind immer mit einer kleinen Grube jungen Leute nach dem Training zum Beispiel zum Fahrerwagen gegangen. Und man kam damals noch viel leichter ins Fahrerwagen rein als heute. Es war auch so jemand da, der aufpasste. Aber das ging einfach noch viel besser. Und dann konnte man zu den Fahrern hin, mit denen auch sprechen. Die haben sich auch die Zeit genommen und haben einem was erklärt. Das war oftmals auch Fahrer und Rennfahrer in einer Person. Also das war für mich faszinierend. Die sind da auch im Training kurz ihre schwierigen, öligen Hände abgewischt und den Helm auf und dann wieder fragen und probiert. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Hatten Sie da einen besonderen, waren Sie Fan von Karl Kling zum Beispiel? Ja, Karl Kling und bei den Motorrädern waren damals die Zweikämpfe NSU gegen BMW, NSU mit Heiner Fleischmann auf einer 500er Kompressor. Das war ein schweres, brutales Motorrad. Und der Schorsch Mayer bei BMW. Ja, okay. Die zwei haben da immer gekämpft gegeneinander. Und auch die Seitenwagenleute. Also das ist nach wie vor für mich heute noch faszinierend. Beeindruckend, dass die veranstalten. Ja. Muss ich auch sagen, Seitenwagen ist ja kein Besonderes. Das sind schon Sportler, also auch der Mann im Seitenwagen, der turmt ja da rum. Das ist gewaltig. Ja, stimmt. Auch die Motorradfahrer heute, die meine ich, bringen mehr körperliche Leistung wie ein Formel-1-Fahrer. Die Formel-1-Fahrer haben auch ihre Schwerpunkte, die trainiert werden müssen. Das sind sicherlich die Halsmuskeln und auch die Arme und so weiter. Aber diese Motorradler, wenn man die ja sieht, in ihren Schräglagen. Und was für ein Risiko, ne? Bei dich. Also. Und wie, wie? Alle Achtung. Ja. Ja. So, das war also so der Beginn. Solitude-Rennen. Da fingst du dann an, ja, wie könnte ich denn, wie könnte ich denn da eigentlich auch? Wie könnte ich denn da auch reinkommen irgendwie? Wie, ach, schwierig. Jetzt habe ich damals die, nur die mittlere Reife gemacht. Ich habe dann aufgehört. Ich bin zwar versetzt worden, ich hätte weitermachen können, aber ich habe gesagt, nein, ich lerne einen Beruf jetzt. Ich will was lernen. Das war aber auch schwierig. Ich habe also in den ganzen namhaften Firmen in Stuttgart, auch als Mechaniker und so weiter, Bewerbungen rausgelassen und habe fast überall Aufnahmeprüfungen gemacht. Meistens also bestanden, aber leider haben wir doch keinen Platz und so. Und dann kam die größte Woche, die dann gestellt wurde. Das war, ich habe erfahren, dass Porsche auch Lehrlinge aufnimmt. Und dann habe ich mich da beworben und das hat funktioniert. Da habe ich einen Platz bekommen und ich war einer der ersten Acht nach dem Krieg. Mir sind acht Lehrlinge gewesen, die eingestellt wurden nach dem Zweiten Weltkrieg. Linge war vor ihm. Richtig, genau. Der hat das da wieder ein bisschen mit aufgebaut. Der war ganz am Anfang. Der war Linge. Aber damals war Porsche auch noch eine kleine Firma. Wie viele Mitarbeiter hatten die? 400, 500? Ja, 400 bis 54, ja. Ich kann sagen, ist vielleicht leicht übertrieben, aber die hat man fast alle gekannt. Ja, das glaube ich. Also man hat die mittlerweile nicht gekannt. Und wir haben in dem Werk 2, das ist heute noch Werk 2, da war die Produktionshalle für die 356er. Und in dieser Produktionshalle hat man die Lehrlinge in eine Ecke, hat man die Werkbänke der Lehrlinge, der acht Stück, in eine Ecke gestellt. Ich muss ganz ruhig dazu sagen, dass man noch gar nicht so sehr auf Ausbildung eingestellt war. Aber sie haben es getan und da bin ich froh drüber. Und wir hatten damals leider durch einen Verkehrsunfall, der Meister war nicht da, er war eben verletzt. Und dann haben wir das nächste Glück gehabt, zu dieser Zeit war der Herr Bott, der spätere Entwicklungsleiter in Weissach, der hat spontan von sich aus gesagt, also solange der Meister nicht da ist, mache ich mit den Lehrlingen einmal in der Woche einen Werkstattunterricht. Und das war auch toll. Und er hat sich ungeheuer um uns gekümmert und da haben wir auch eine ganze Menge gelernt. Und bei mir muss ich sagen, das kann man ruhig auch offen sagen, die Verbindung zu Herrn Bott, die hat gedauert bis zu seinem Tod bei mir. Toll, oder? Wenn man so als Lehrling anfängt und das so lange hält. Ja, und das war toll. Er hat zum Beispiel eines Tages gesagt, ich schaue das, wie ich einen VW-Bus kriege und dann fahre wir zur IAA. Mir acht, alle miteinander. Das hat er gemacht. Sie wird zur IAA, hat viel erklärt natürlich. War einfach toll. So, jetzt habe ich also dieses, jetzt bin ich mal schon bei Porsches drin gewesen. Jetzt geht es weiter, ja was, wie mache ich jetzt weiter? Jetzt habe ich schon dort versucht, Kontakt zur Rennabteilung aufzunehmen. Es gab eine Rennabteilung, auch sehr klein, in einem mit Maschendrahtzaun eingekastelten Platz im Lager unten und ist mit Spanplatten zu, also man konnte nicht reinsehen und reinkommen gleich gar nicht. Also da könnten nur der Renningenieur und die Mechaniker rein. Und jetzt hat die Lehrlingsabteilung hin und wieder, und das fand ich auch toll, wir haben unser Ausbildungsprogramm gemacht natürlich mit den ganzen Grundkenntnissen mit Bohren, Pfeilen, Meißeln, Hämmern und alles, das haben wir alles durchgezogen. Aber wenn es Not an Mann war, hat man auch die Lehrlingsabteilung für die Produktion eingesetzt. Und das hat uns auch gefallen. Wir sind gebraucht worden plötzlich. Und wie gesagt, Produktion war in Sichtweite neben uns und da ist man schnell eben dann auch, hat man die Lehrlinge eingesetzt. Und die Rennabteilung ist auch mit Aufgaben gekommen. Und da habe ich das Glück gehabt, ich habe mal eine Aufgabe gekriegt aus der Rennabteilung. Und zwar, da hat man noch die Super 90 Motoren, also die Käfermotoren. Die hat man da noch auch in den Spatern eingebaut. Und da kam, auch das erwähne ich jetzt einfach, der Rolf Widerich, der vielleicht auch schon ein bisschen gekannt hat. Das ist ja der, der mit James Dean verunglückt ist. Der mit James Dean, den Unfall hatte, ja. Der war ein guter Rennmonteur übrigens, der Widerich. Und der Gute hat auch, da hören Sie sicherlich auch ganz schlimme Geschichten über ihn. Die gibt es natürlich auch. Aber die erwähne ich jetzt, das gibt es. Aber er war auch ein wirklich ganz hervorragender Mechaniker. Und schnell und gut. Und der kam mit zwei Zylinderköpfen unter dem Arm und sagt, du musst du diesen Brennraum, möchte ich so haben, dass du dich, wenn du fertig bist, drin spiegeln kannst. Boah, jetzt muss ich mich anstrengen. Und das ist mir auch gelungen. Die haben nachher... Richtig geglänzt, ja. Zuerst mit groben Pfeilen, dann immer feiner, feiner, feines Schleifpapier, mit den Daumen. Und jetzt kommt das Wichtige an der Sache. Als das fertig war, haben wir ihn raufgerufen. Die waren ja unten im Lager und da sagt er, nimm mal ein Zylinderkopf unter den Arm und lauf hinter mir her. Dann ist er mit mir in die Rinnanteilung gelaufen. Dann habe ich dort alles gesehen, was zum Moment läuft dort. Das war für mich das allergrößte. Was stand da, 55 Spider? Das sind die zwei graue, graulagierte 55er Spider, die ja zunächst als Straßenfahrzeuge gebaut wurden. Nicht gleich als Rennfahrzeuge. Straßenfahrzeuge und die zwei waren für Automobilsalon Genf in Vorbereitung. Die standen da auf vier Holzbrüchen, das ist nebeneinander. Das war großartig. Und ab da habe ich natürlich auch zu dem Müderich Kontakt gehabt. Da geht es gerade so weiter. Jetzt kam ein Jahr später, ich habe 53 dort gelernt. 53, 54 habe ich wieder viel Glück gehabt. Und zwar hat die Firma Esso, Benzinfirma, ein Jugendlager veranstaltet am Nürburgring. Das war am Ortsausgang von Adenau raus, vor der Brücke, vor der Brücke über die Rennstrecke, Breitscheid. Dort war unser Riesenzeltlager und das waren lauter Lehrlinge aus der Autoindustrie. Also Batterie, Fabrik, Benzinfirmen, Bosch, alle, alle. Das klingt interessant. Das war hochinteressant. Das geht ja gerade weiter. Da gab es abends Vorträge. Ein Abend war Alfred Neubau bei uns mit. Mercedes, der Rennleiter. Ich kannte ja Hans Herrmann, Frau Schling. Wahnsinn. Die sind da draußen gesessen auf der Bühne. Das war fantastisch. Und da habe ich auch was gelernt, das auch mein ganzes Leben übernommen habe. Die hatten damals einen 300S-Zwei-Sitzer praktisch. Mit so einem, ich sage immer so, Kinderwagenbogen, verchromter Bügel, wie die Kinderwagen. Das haben die auch so gehabt, mit ihrem cabriolet. Hellblaue Farbe, tolle Autos. Die sind morgens, wenn sie zur Rennstrecke hochgefahren sind, super diszipliniert, langsam und wie es sich gehört für eine Ortsdurchfahrt, sind die da hochgefahren. Ohne Spektakel, ohne Theater. Und das habe ich mir gemerkt. So kann man es auch machen. Und das habe ich dann in Zukunft auch immer so betrieben. Ich habe auch immer die Leute später, ich war ja sehr viel am Nürburgring tätig, und er habe immer den Monteuren und allen Beteiligten gesagt, das Haus Porsche fährt dort oben anständig und wir wollen nicht zu den Roadies gehören, die da durch die Wirtschaften brettern, wo Kinder warfen und alles. Das war also der Besuch und dann habe ich, das klingt manchmal wie ein Märchen, aber das sind Tatsachen, dann gab es einen Quiz dort in diesem Zeltlager und da habe ich auch einen ersten Preis gewonnen und zwar war das eine Runde mit dem 300 SL mit dem Karl Kling auf der Nordschleife. Das gibt es ja nicht, den Sie als Kind angehimmelt haben an der Solitude, sind Sie mit dem gefahren. Ja, das war meine allererste Runde Nürburgring und da kann ich nur dazu sagen, ich habe ja gar nicht gewusst, wo es da hingeht. Ich habe das Wegfahren da, also Start- und Zielbereich, den hat man ja im Kopf dann und ab dann wusste ich am Ende nichts mehr. Nur die Länge gerade wieder, die war, ah, jetzt müssen wir dann wieder da sein. Unglaublich. Ja, das glaube ich. Aber das, also, das kann ich mir richtig vorstellen. Also meine erste Nordschleifenrunde war mit Sabine Schmitz, die leider schon verstorben ist mit dem M5, mit dem BMW Ringtaxi. Und auch da war es für mich so, also die Einfahrt und dann ging das ab und ich habe gedacht, das kann ich angehen. Ist alles, das ist natürlich normal, aber. Ja, nee, aber das ist beeindruckend, oder, wenn man da mit so einem Pferd und mit dem Wagen auch noch, ne, ein 300 SL. So, jetzt beenden wir die Lehrzeit, die habe ich nochmal durchlaufen. Dann, wenn ich nach der Lehre habe ich noch im Blickfeld vielleicht eine Technikerschule oder was, habe ich gedacht, also irgendein bisschen was sollte ich vielleicht schon machen. Und dann habe ich noch ein technisches Zeichnen gemacht, eine Zeit lang, im Konstruktionsbüro bei Porsche. Da war ich öfters mit dem Porsche Junior, mit dem Puzzi, also mit dem Ferdinand Alexander Porsche zusammen. Also der ist eine Reaktion. Also der ist eine Reaktion. Und leider auch schon früh verstorben. Und dann habe ich auch nochmal zu Daimler reingeschaut, auch ins Konstruktionsbüro, in die Motorenabteilung. War auch genauso hochinteressant. Da war ich bei einem riesen Saal mit lauter Doktoren und Diplom-Ingenieuren. Und der Chef war der, ich weiß es, Direktor Benzinger. Ah, ja, okay. Benzinger hat auch viel Veröffentlichungen im Motorensektor. Also der war ein Spitzenmann auch dort. Und das war mein Chef sozusagen. Ich war ja nur ein Praktikant dort. Aber was für mich maßgebend war, dieser Direktor Benzinger war mit ganz wenig Ausnahmen jeden Tag einmal an meinem Reißbrett. Und das war für mich was Besonderes. Ja, klar, weil so großen Anteil. Der hat ja keine Zeit, der muss ja weiß ich was alles machen. Die haben damals am Wankelmotor gearbeitet. Und er war ein großer Fan davon, ein großer Befürworter vom Wankelmotor, glaube ich, ne? Ja, ja. Benzinger. Ja, der hat die ganze Gruppe am Wankel gearbeitet. War natürlich alles streng geheim. Ist klar, hat mir einen Vertrag unterschreiben müssen. Ist kein Problem. Und er war immer da. Der hat immer genau gewusst, was ich mache. Also mit Schlafen dabei ging da nicht. Er hat genau gewusst, wie weit ich bin, wie weit ich gestern war. Und das hat mich begeistert. Ja, das ist beeindruckend. Bei so großen Abteilungen und bei jedem, dass er da vorbeikommt. Ja. Und dann habe ich noch kurz, so ein Vierteljahr war in der Gießerei beim Daimler. Ja, da war ich an einer Druckhausmaschine tätig. Und habe versucht, so ehrgeizig wie die dortigen Mitarbeiter sind, auch die gleichen Stückzahlen zu fertigen. Das ist mir manchmal gelungen auch. Aber es war eine ganz knallharde Zeit. Wir hatten damals eine Auerkrippe-Epidemie in Stuttgart. Okay. Und Daimler hatte die Genehmigung, zwölf Stunden zu arbeiten. Von morgens sechs bis abends sechs. Das war schon... Schon ganz schön ein Turn, ne? Ja, und die Nachtsicht, die war schon hart. Also abends sechs Uhr, dann die ganze Nacht. Und ich habe mich entsinnt, so um zwei nachts, da kommt so ein bisschen Müdigkeit aus. Ist ja auch gefährlich an den Maschinen, ne? Da merkst du plötzlich, hey, jetzt reiß dich aber zusammen, du, das machst alles automatisch. Und dann muss man sich selber wieder aufrufen, sagen, ja, jetzt pass auf, das ist ja nicht einfach so... Nein, 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 in zwölf Stunden Schicht ist auch körperlich anstrengend, ne? Ja, das steht direkt neben diesem Schmelztiegel da, wo es gut war. Ja, aber das hat alles nichts geschadet, muss ich feststellen. Also Ausbildung und zusätzliche Sachen machen sind nie verkehrt, ja, wie ich. Wie darf ich kurz da einhalten? Wie war das denn beim Daimler im Vergleich zu Porsche von der Firma her? Ich meine, Daimler war schon riesig dagegen eigentlich, ne? Ja, Porsche war besser für mich. Ja, war es familiärer, ne? Viel familiärer. Ich sage Ihnen, bei Daimler war damals schon die Leute im blauen Anzug getrennt von den weißen. Okay, also so diese ganz klare Hierarchie. Und das fand ich nicht gut. Weil keine Fakultät, weder die weißen noch die blauen, können ohne einander arbeiten. Die brauchen beide sich. Und wenn ich das dann so trenne, dass die in der Kantine woanders sitzen, das hat mir nicht so gefallen. Also so gesehen waren die Zeiten bei Porsche, vor allem auch die Anfangszeiten, wunderbar. Also da gibt es nichts, da hat man, das war ein tolles Schaffen. So, und jetzt habe ich den Techniker gemacht noch. Das war auch gut. Und dann ging die Sucherei an einer Stelle wieder los. Weil ich wollte natürlich gern zu Porsche zurück. Und zwar sogar mit einem Sonderwunsch in den Fahrversuch. Betonung auf Fahr. Weil jetzt kommt ja wieder das, jetzt kommen wir ja von der Solidät wieder. Und ja, es hat mir ein bisschen Geduld gebraucht. Und es hat aber dann geklappt. Ich bin dann untergekommen und im Fahrversuch. Und dann ging es dort los mit vieler Aufgaben, was ich auch toll finde bei Porsche. Wir haben hier alles Mögliche gemacht bei Porsche. Und das war so interessant und so abwechslungsreich. Da bin ich sicher, da hat ein junger Ingenieur bei Daimler-Wenz, der bearbeitet vielleicht Bremszange vorne rechts oder so. Und die, die seien reich. Und wir haben alles gemacht. Ja, das glaube ich, dass das viel mehr einen mit dem Produkt identifizieren lässt. Ja, wir haben das ganze Auto gemacht. Sicher nicht so super, mit so super viel Wissen vielleicht, wie der Spezialist, der nur so einen kleinen Bereich macht. Aber wir haben einen größeren Liebenblick gehabt. Ja, klar. Ja, und man hat mehr Verständnis für das Gesamtprodukt. Ja, absolut. Für die Gesamtproblematik. Ja, und da ging es dann so, zunächst hat man Aufgaben bekommen, da war unter anderem auch dabei, dass man mitgeht zum Nürburgring und dort Protokoll führt. Also ich stand dann auf der Boxenmauer und habe die Runden gezählt und mit dem Tanken aufpasst und dann die ganzen Umbauten notiert, dass man weiß am Abend, was man alles probiert hat und gemacht hat. Da habe ich auch eine ganze Menge gelernt, natürlich. Und eine Menge Leute kennengelernt. Ja, das glaube ich. Zum Beispiel eben die Leute aus der Reifenindustrie, dann die, ja alle Ölmotoren, also alle. Und das hat mir auch viel gebracht, dass ich viele Menschen da durchkannte. Und dann kam ein Zeitabschnitt, wo ich nebendran sitzen durfte. Bisher bin ich noch nicht mitgefahren, sondern jetzt ging das Mitfahren nebendran. Und da hatte ich einen Riesenvorteil, dass ich Instrumente ablesen und nebendran sitzen konnte. Also das hat mir nichts ausgegeben. Ja, okay, ja. Da gibt es andere Sachen, also gerade am Ring. Kurt Ahrens, dem wird immer von seiner eigenen Fahrt schlecht, hat er mir erzählt. Ja, 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 das hat er immer gesagt. Und das habe ich nicht gehabt. Und deshalb, ich sage jetzt einmal, das ist ganz eigennützig. Ja, wenn man gewartet, bis der eine nicht mehr konnte, dann bin ich dran gekommen. Ja, und dann, was man auch sagen muss, und das fand ich auch sehr gut, dass man nicht gleich als ganz junger Neuling in, weiß ich, in ein ganz starkes, schnelles Auto eingesetzt wurde. Und jetzt mach mal oder fahr mal. Das hat es später dann einmal eine gewisse Zeit lang auch gegeben. Also es sind ganz junge Ingenieure, nichts gegen junge Ingenieure. Das ist nicht alles in Ordnung, aber die durften sofort fahren. Und das war nicht gut. Und das war bei uns nicht. Und wir haben da einen sogenannten Lehrmeister gehabt. Und das war Herr Bertlinge. Herr Bertlinge war die Person im Hause Porsche, der letztendlich bei einer Freigabe einer Versuchseinstellung oder bei der Freigabe eines ganzen Autos war seine Beurteilung und seine Aussage ein ganz wichtiger Punkt. Und genauso, ja, jetzt hat es dann schon so langsam einmal begonnen, dass man, man hatte damals als einziges eigenes Prüfgelände das Skitbett in Weissach. Das war das erste Bauwerk in Weissach. Ja, okay. Das hat der Herbert Linge eigentlich auch gegründet. Also der hat eigentlich hauptsächlich den Vorschlag, das nach Weissach zu legen, hat er eigentlich gemacht. Ich sage Ihnen auch, da gab es eine, also Tatsache war, dass man mehr Raum braucht. Wenn man hier zum Fenster überall rauskommt. Ist ein bisschen zugebaut, ne? Ist alles zugebaut. Und es hat sich sogar vieles durch Firmen, die dann weggingen, in der Ecke ergeben, dass man es dazu geholt hat jetzt. Aber das war sehr eng immer hier. Und da hat sich auch der Herr Porsche damals entschlossen, wir müssen jetzt uns umschauen, wo wir noch was bauen könnten. Und dann hat man ihm einen Vorschlag gemacht, in München, gleich da vor der Haustür ist es, da gäbe es also Ackerland, wo er haben könnte. Dann ist er da mit hinausgefahren, hat es angeschaut und hat er gesagt, also das ist so gutes Ackerland. Und so, da kann man verdünftigere Sachen machen, als irgendwie Fabrik drauf bauen. Das ist auch toll, oder? Ja. Sogar nicht egoistisch zu sagen, super, das ist nah dran. Ja, nein, hat er gesagt, das möchte er nicht machen. Das gute, die gute Erde, das will er nicht machen. Und dann kam Herbert Linge, sagt er, ja, Herr Porsche, würden Sie auch nach Weissach rausziehen? Dort wachsen nur Disteln und Steine. Herbert Linge ist in Weissach geboren, ne? Und das ist tatsächlich, das ist Steinland und da war es nichts. Da hat es ein paar Schäfer gehabt und das war es dann. Und er sagt, ja, warum nicht? Dann haben Sie das angeschaut und so entstand das Weissach. Und das Erste, was entstand, war das Skidbett. Und wir sind von hier aus, immer wenn man was probieren wollte, sind wir dann mit zwei, drei Autos zum Skidbett rausgefahren. Wir sind aber von hier aus auch viele, viele Versuche auf den Landstraßen und auf der Autobahn gefahren. Ja, wie man das damals gemacht hat, ne? Ja. Das war ja auch leer alles noch. Ja, wenn man sich vorstellt, dass der Herr Willrett, der in der Reparatur die Rennautos betreut hat, der ist mit dem Speiter da sofort raus auf dem Berg 1 und dann aus zur Autobahn. Da habe ich auch auf dem Zeichenbüro geschaffen. Ein Psoor, der fährt wieder mit dem Speiter da. Und so war es da, da ist man rausgefahren. Und da hat es schon langsam begonnen, dass man als junger Kerl gehofft hat, dass ein Auto zu viel war, dass der Junge denn fahren könnte dann aus von Zuffenhausen nach Weißach. So langsam aber sicher. Und dann kam eine Zeit, wo man dem jungen Kerl auch kleine, einfachere Versuchsfahrten selbst machen ließ oder auch Messungen. Und so, ich will damit sagen, so hat man sich ganz langsam hochgekrabbelt. Ein bisschen Verantwortung übernommen dann. Ja, und ich bin nach wie vor der Meinung, dass das richtig ist. Und der Abschluss war dann, der Chef vom Herbert Linge, der hat dann gesagt, fahr mal mit dem, ob man das jetzt geht, ob man den fahren lassen kann. Dann sitzt der Linge neben mir und wir fahren. und da redet er nicht viel. Und da sind wir heimkommen, da prägt der Chef, ja, was ist jetzt? Oh, den kann man fahren lassen. Und Herbert Linge, das muss man auch sagen, der galt schon so als streng. Also der hat schon immer genau hingeguckt, glaube ich, oder? Ja. Ja, der Meister. Also das war nicht? Ja. Ja. Und dann, das war dann eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt durfte man selbst fahren. Unsere Aufgabengebiete sind nach wie vor querbeet gegangen. Ich bin auch mit zu Rennstrecken mit, auch zur Betreuung. Ich bin in Corsica mit gewesen. Also ich habe mit der Rallye ein bisschen zu tun gehabt. Ich bin in Le Castellet sehr viel gefahren, versuche ich. Okay. Ja, aber jetzt habe ich immer noch keine Lizenz gehabt, die man brauchte damals, um richtig Rennen zu fahren. Um die Lizenz zu bekommen, dann musste man damals fünf erste bis dritte Plätze haben oder glaube ich drei Goldmedaillen bei Rallys oder sowas. Aber das waren auf Geschwindigkeit Rallys oder Orientierungsrallys? Ganz kleine Veranstaltungen. Ich habe ja kein Geld gehabt. Eben, das ist da ja auch schon teuer. Und ich habe mein erstes, das hat mir der Herr Falk sogar empfohlen, in Schotten, das ist bei Gießen, rund um Schotten, das waren Motorradrennstricke. Aber Schotten ist vergleichbar mit der Solidit, also Straßenkurs, toll, toller Kurs. Die Hälfte berg hoch, die Hälfte berg ab. Und da sagt er, da könntet ihr mit dem Käfer fahren. Ich habe einen Käfer gehabt. Sie haben einen Käfer, ja, okay. Haben Sie den ein bisschen heiß gemacht? Nein, nichts. Gar nichts, original Käfer, okay. Und das Einzige, was ich hatte, einen Satz Rennreifen. Das war erlaubt, den habe ich gehabt. Und da bin ich dahin, sechs Stunden Schotten hieß das. Und da musste man, also gleichmäßig fahren, das mag ich eigentlich nicht so, aber was macht man nicht anders. Und da musste man immer, weiß ich, in der 100 oder in der 10. Runde und in der 20. Runde auf null Sekunden über die Ziellinie fahren. Und ich habe also da wenig mehr ausgerechnet. Und ich bin, so schnell ich nur überhaupt konnte, mit dem Auto gefahren, vor allem bergab. die Bergaufstrecke, da konnte ich nicht mehr Apfel essen und alles mögliche. Und dann habe ich immer, unten habe ich immer gemerkt, bei den speziellen Runden steht eine ganze Gruppe mit ihren Autos und wartet dort. Ich denke, was ist das? Und die haben ein Zeichen, eine Markierung, weiß ich, eine Bananenschale am Baum. Wussten die, von der Bananenschale bis zur Ziellinie brauche ich so und so für Sekunden. Ah, okay. Und dann haben die das vorher einen Vorsprung rausgefahren gehabt und dann mussten sie warten und dann sind sie da genau drüber gefahren. Und ich bin dort immer vorbei, voll, was halt der Käfer ging. Und ich habe eine Goldmedaille gewonnen damals. Und das haben also auch die Wartenden haben da auch dann mich angesprochen. Die haben mich gefragt, sag mal, musstest du so verrückt an uns vorbeifahren immer dort, wo wir gestanden sind? Ich sage, ja, sonst hätte es nicht geklappt. Da haben die ganz erschrocken. Das war ein teilweise Werksauto von Ford. Das nur nebenbei. Aber dann habe ich gemerkt, dass es doch Dritter Kräfers falsche Objekt ist. Und dann habe ich von einem Bankangestellten in Neckars-Ulm einen NSU 1000 TT gekauft. Oh, das war schon was Gutes. Ja, das war was Gutes. Und aber auch als Serien-Tourenwagen belassen. Sobald ich frisiere, kostet es Geld. Und das hatte ich nicht. Und als Serien-Tourenwagen, aber die Klasse gab es. Und in der Klasse habe ich dann meine Lizenz erfahren. Vollends. Okay. So, jetzt wieder ein Punkt weiter. Jetzt Lizenz. Ja, aber jetzt brauche ich ein richtiges Auto zum richtig Wofahren. Die Probleme haben nicht aufgehört. Ja, was ich ja nebenher noch machte. Ich bin als Beifahrer mit den Stuttgarter Sportfahrern, die einen Porsche besaßen. Also Super 90 waren das da. Okay. Günter Glas hat ein Carrera 2, also das war schon nur ein scharfes Auto. Mit denen habe ich auch Kontakt gekriegt. Und mit denen auch der Glemser war da dabei. Ah, okay. In der Gruppe. Und dann sage ich, ich fahre mit euch gern mit. Ich wollte wiederum sehen, wie geht es ab dort. Was machen die? Wie machen wir es? Und da habe ich auch viel gelernt wieder. Da war das auch wieder eine Etappe. Und dann kam mein erster also ich bin auch bei der Taga Florio als Betreuer da habe ich mit der Frau Pier die Zeitnahme gemacht. Tatsächlich? Ja, sie ist schon richtig rumgekommen. Ah, ja. Und ja, so ich habe mit der Frau Pier die Zeitnahme gemacht. Das ist auch schon so ein Satz. Den muss man mal sagen können. Ja, doch, das war toll. Hat auch alles gut geklappt. Das war auch ganz wichtig. Wie war eigentlich die Frau Pier? Das war eine ganz nette Frau. Ja? Ja. Also das ist die erste Frau. Genau, ja, eben. Die hat ja so das Regiment eigentlich gehabt. Oder die hat es ja auch eigentlich erst ermöglicht, dass der 1917 damals gebaut wurde, weil sie so ein bisschen ihren Segen gegeben hat. Ja, ist das nicht so eine Mutter gewesen von in Österreich? Ja, genau. Vom Pferden und die Mutter, ne? Vom Pferden und die Mutter, die in Österreich saß. Ja, genau. Das ist richtig, was sie sagt. Ja. Die Frau Pier, mit der ich's machte, war seine Frau, seine erste Frau. Ah, okay. Okay. Seine erste Frau, die Corinna Pier. Ah, okay. Alles klar. Und die war auch eine ganz nette Frau. Die hat, war sehr froh, als die Zeitnahme gut geklappt hat. Weil das können sie sich vorstellen, als der große Chef Ferdinand Pich, wenn da was nicht so funktionieren würde, das ist nicht gut. War nicht so nach seinem Geschmack. Nee. Aber es hat gut geklappt. Ich wollte nur damit sagen, ach so, Monza, Weltrekorde. Ja, das war Benjahre, so ein bisschen geschickt worden. Sagen wir mal, mit dem, mit dem BP aus der Schweiz, die hatten ein neues Öl entwickelt und wollten damit, haben bei uns angefragt, bei Porsche angefragt, ob wir nicht mitmachen könnten, mit irgendwelchem Auto Weltrekorde zu fahren. Und da hat der Pich auch damals mitgemacht. Dann hat man begonnen mit dem Carrera 6, hat man begonnen. und zwar ist man die Stellkurve gefahren und dann unten die berühmte da wieder auf die Zielgerade ran. Und die Stellkurve war dermaßen schlecht schon von der Bausubstanz. Da gibt es Bilder, wie der Herr Falk einen Pfeil auf die Bahn mit weißer Farbe malt, dass die Fahrer, da war ein Mordsloch dort, dass die Fahrer den Pfeil mittig zwischen den Rädern nehmen und nicht in das Ding ein krachen. Es war aber leider dann doch so, dass das Auto auch konnte, das war zu viel für das Auto, das ist zu filigran gewesen für diese Strapaze. und wir hatten auch bei Rekordfahrzeugen muss man immer Werkzeug und die Teile, die man eventuell wechseln möchte, die müssen im Auto sein. Also da lädt man noch ganz schön was dazu. Und das ging also dann in die Hose und dann hat wiederum ein Herr Bott wahnsinnig schnell reagiert. der hat gesagt, versucht irgendwie weiterzumachen, vor allen Dingen versucht, die Kommissare bei Laune zu halten. Weil wenn die Kommissare abbrechen und dann fahren die alle wieder heim und wenn man das dann wieder weitermachen wollte mit irgendeinem anderen Auto, dann muss man das alles erst wieder organisieren und dass die da wieder kommen und das ist einfach schwieriger. Und das ist uns auch gelungen. Und der Herr Bott hat uns die haben ganz schnell einen 911R vorbereitet. Mit dem ist der Herr Freik dann runter gekommen per Achse und zwei weitere als fahrende Ersatzteillager. Und das haben wir die haben zerlegt und auch in die Kiste gepackt ins Einsatzauto und dann ist man mit dem Elfer hat neu begonnen. Und da haben wir viele Rekorde eingefahren. Aber so Dinger da war ich einfach dabei. Toll. Ich habe im Wohnwagen geschlafen im Park im Wohnzau. Wenn der Motor getan hat, konnte wieder schlafen und aus sind wir sofort raus. Durfte man eigentlich externe Leute am Auto schrauben? Ja. Oder konnte man bestimmt noch Teile in der Tasche dazuschmuggeln oder nicht? Oder wurde das so kontrolliert? Das war schwierig. Die sind ihm sehr aufgepasst. Da weiß ich nicht, aber in Le Mans weiß ein paar Sachen haben. Da haben Sie auch als Mechaniker mit gearbeitet? Nein, da war ich dann auch als Zeitname oder in Mülsann als Zeichengebung. Ach so, dass man reinkommen muss. Das war ein Jahr. Die haben in Le Mans ist ja jetzt die Zeitname schon einige Jahre an den Boxen. Damals zu meiner Zeit da war die Zeitname und die gesamte Zeichengebung in Mülsann. Das ist eine rechtwinklige Kurve nach der langen Gerade. Und dort hat jede Firma ihre Tafeln und ihre Leute aufgebaut gehabt. Wir haben zum Schluss einen Galgen gehabt zum Ausfahren und zeigen. Und mit dem Feldtelefon haben wir Nachricht von der Boxe bekommen, was wir zeigen müssen oder wann man tanken muss und so weiter. Haben Sie da schon gedacht, dass Sie irgendwann auch mal im Auto sitzen? Also da habe ich noch nicht gedacht. dem Auto sitzt. Wahnsinn. Das habe ich nicht gedacht. so jetzt das ist unglaublich. Sie merken aber ich komme da in alles möglich. Sie schauen immer jetzt sauber sortiert ein. Ich bin immer gern für sauberes Sortieren. Das ist super. Ja und jetzt kommen wir in die Phase wo ich meinen ersten Werkseinsatz bekommen habe und zwar beim 84 Stunden Nürburgring Nord plus Süd Schleife Marathon de la route Marathon de la route Das ist ja auch so ein Rennen was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Und da habe ich einen Sitzplatz bekommen da saß im ersten Auto der Herbert Linge Dieter Glemser Wer saß da noch mit der Krausen glaube ich und bei mir saß der Arthur Blank ein Schweizer und Hans Schuler das war ein Rallye Fahrer drei Autos hatten wir ein Auto haben wir leider verloren durch technischen Defekt und am zweiten Auto muss ich sagen hat der Herbert Linge unterwegs die Einspritzpumpe selber entliftet also alle Achtung und dann ging es auch wieder weiter also das ging dann schon mit dem Werkzeug und was er unterwegs hatte konnte man dann schon ein bisschen was machen und dann gab es noch bei Marathon Delaut ein ganz pfiffiges Reglement das Reglement also das war toll das war zum Beispiel musste man in den letzten zwölf Stunden so viele Runden fahren wie in den ersten zwölf also nach 84 Stunden muss man ja schon ein bisschen drüber nachdenken ist man taktisch am Anfang langsamer rangegangen schon dass man das Auto dann rüberschiebt das ist 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 nicht beim zweiten einsatz das ist das erste also das hat recht gut geht ja mit welchem wagen sind sie da gefahren war das der 914 nein nein das war der 911 der 911 okay ja das war ein 911 mit hydropneumatischen Federbeinen an der Vorderachse das heißt wir hatten vorne Feder und Dämpfer in einem also keine Drehstäbe mehr okay in welchem Jahr war das 68 68 und ja gut ich habe gedacht gut da ist man Lüttich gestartet Lüttich war auch Abnahme da ist man Lüttich gestartet da hat begeizt die Währung begonnen da sind auch Blitzer gestanden unterwegs man musste auch da vorschriftsmäßig auf der normalen Straße umfahren das hat schon zur Veranstaltung gezählt und nach zum 1 hat Juan Manuel Fangio das Feld gestartet und ich habe gedacht naja ich werde jetzt mal versuchen mein der Herr Badrini war damals als Nürburgring Kenner ja ganz groß und ich habe gedacht ich versuche jetzt mal hinter ihm mich rein zu hängen und das hat auch funktioniert wir sind also aus der ersten Runde gekommen da war es nach uns wo wir vorbei waren ziemlich ruhig und so haben wir das aufgebaut und das ist wunderbar gelaufen und so haben wir das Ziel gemacht er hat 1 und ich 2 gemacht Wahnsinn und verrückte Sache ich bin sogar während des Rennens mal nach Dengrund zum Schwimmen ins Freibad während des Rennens ja das ist ich gehe jetzt mal wir sind ja mit drei Fahrern ich mache das jetzt mal und das Schlimmste ist natürlich wenn man dort ist in Baden da wird man dann unruhig und dann will man wieder hin und dann schaut man ist alles noch wird alles noch richtig ja das war diese und Ziel war dann auch wieder in Lüttich da musste man wieder rüberfahren da ist auch nicht das erlebt ich habe an dem Abend wo wir dann in Lüttich angekommen sind wir dann schon auch mal müde und dann war dort ein kleiner Laden mit Schaufenster und dort waren die ganzen Preise ausgestellt die am nächsten Tag bei der Preisverleihung verteilt werden und dann sind wir also meine Gruppe der Schüler und der Arthur Blank sind da ein bisschen gestanden und sage also ich würde nur eines wollen habe ich gesagt wenn ich wählen dürfte da ist eine Uhr von Schäger Le Kültre ganz flache ganz das war damals sind so flache Uhren raus gekommen die würde mir gefallen mit römischen Zahlen eine wunderschöne Uhr naja gut das hat jeder zur Kenntnis genommen und jetzt kommt am Tag der Preisverleihung kriegt meine unsere Mannschaft die Uhr und der Schweizer hat gleich gesagt die Uhr kriegst du ich bin ein Schweizer ich habe Uhren gelogen und dann habe ich die Uhr kriegt das war also auch sehr haben sie die noch ja aber sie ist ein bisschen defekt also ich meine das sind jetzt lauter so das sind Kleinigkeiten aber ich kann nur sagen die die haben einen auch sehr sehr gefreut und haben ja haben Freude gemacht einfach so das war also das erste erste Einsatz dann dann kam ein ganz ganz wichtiger Punkt in meinem Rennereileben das ja erst begonnen hat der Hermann Linge fuhr in der Zeit privat auch bei Paul Ernst Strelle und wollte aber 1970 aufhören bei Strelle und eines Tages sagt er du wir fahren mal miteinander zum Strelle wir sprechen mal vielleicht kannst du dort in die Gruppe einsteigen für mich und so war es wir sind zu Strelle Strelle haben wir uns unterhalten und sich da also gut dann machen wir das dann bist du jetzt bei uns fertig Hat der Herbert Linke das damals auch entschieden dass Sie bei dem Marathon De La Rout mitfahren das weiß ich glaube da war der Herr Bote auch mit beteiligt aber es war schon ein offizieller Porsche Einsatz eigentlich das war mein erster offizieller und das hat aber glaube ich dem Ferdinand Pirch nicht gepasst der muss der hat mal das ist ein bisschen später gekommen am Anfang hat er noch nicht so wie aber das ist aufgekommen das wissen Sie das bekannt oder wie das bekannt ja ich habe das nur mal gehört ja es war so dass der Herr Pierch der Meinung war dass Werksangehörige nicht Rennen fahren sollten sein Argument war einen Rennfahrer kann ich kaufen einen guten Techniker nicht so ohne weiteres es war sein und das ist auch bei Linge dann eingetreten einerseits Kompliment andererseits ich war bei Linge eingetreten der hat ganz klar gesagt Herr Linge Sie können jetzt sich entscheiden Sie machen Rennfahrer weiter und dann ist aber Ihr Job als Betriebsleiter in Weissach weg und ich meine da muss man auch sagen da muss ich da muss den Rennfahrer fallen lassen weil also Betriebsleiter in Weissach das macht man schon gerne weiter über die komplette Werkstätten verantwortlich das ist ja was und Rennen fahre übermorgen vielleicht nimmer oder was das ist das und diese Lebensgefahr eigentlich wie sind Sie eigentlich damit umgegangen mit der Gefahr haben Sie das ausgeblendet oder ja dann bekommen er gleich noch auf Autos die Sie gefahren sind das ist ja die habe ich ausgeblendet das ist mir immer viel später bewusst geworden Hans Hermann hat immer so in den letzten Jahren also jetzt noch gar nicht so lange hat er immer gesagt weißt du ich hab mir da schon Gedanken gemacht das sehe ich in meinem Starterfeld drin und die kenne ich alle die da stehen und am Abend wenn das Rennen aus ist fehlt schon wieder einer oder so da ist mir bis dann Abend und er ist ja auch ganz häufig dem Tod von der Schiffe gesprungen also gut jetzt Strähle ganz wichtig Strähle hat damals einen 914 aufgebaut Strähle hat immer die Autos gerne selber aufgebaut er hat entweder ein gebrauchtes oder ein neues Porsche Auto gekauft und das dann für seine Rennzwecke selbst umgebaut das ist also in Schorndorf bei ihm ist der 914 umgebaut worden und ist dort entstanden hatte einen ganz hervorragenden Meister der auch ganz also wirklich sehr gut war und dann ging es mit Strähle los die ersten Läufe fuhr ich da in Hockenheim das kann man vielleicht hier so auch einmal sagen da bin ich per Achse hingewam was mit dem Rennwagen ja da hat man so viel Theater gemacht da ist man per Achse hin natürlich auch mit Kopf wir fahren nicht an der Polizeistreife mit 300 oder was das muss man schon richtig machen und dann was ganz großes kam war Strähle hatte für Österreich also für damals hieß es noch Österreich Ring jetzt ist es ja Red Bull Ring da sagt er da fahren wir hin da starten wir mit dem 914 und mit dem 911 da setzen wir zwei Autos ein und da hat er mich auf den 914 eingesetzt und es gibt in Österreich nur eine GT Wertung also egal wie viel Kubik das Auto hat es heißt wir sind gegen die 2,5 Liter Elfer auch gefahren und wir waren 2 Liter GT und wir haben das gewonnen ok weil die weil die waren leichter waren oder besser lagen mit dem Mittelmotor oder also ich bin das Auto sehr gern gefahren oder das dritte wäre weil die Fahrer so gut waren genau ja ich glaube ich habe auch immer immer wieder gesagt wenn man dem 14 noch mehr Entwicklung und Liebe eingebaut hätte wäre das vielleicht sogar das bessere Rennauto geworden als Mittelmotor ein 946 GT heute unter Sammlern 2 Liter GT viel wert und da kam damals der Erwin Krämer der fuhr selber noch damals das Rennen mit dem Elfer und der hat dann gesagt jetzt ist es wohl an der Zeit dass wir auch so ein 14 aufbauen ja das war auch ein tolles Erlebnis ich bin mit dem Prinz Ferfried von Hohenzollern gefahren damals den hat doch Strelle da irgendwie dazu gehabt geholt oder was und dann kam aber ein ganz wichtiges ganz wichtiges Ereignis für mich Strelle war auch ein Targa Florio Fan okay und sagte also wir fahren auch die Targa Florio auch mit dem Elfer und mit dem 14 und da durfte ich natürlich dann auch mit und das war das war eigentlich ein ganz großer wichtiger Punkt da sind Sie mit einem großen Liebling meiner Hörer gefahren in dem 914 auch mit Willi Kausen glaube ich Tafu Kausen mit mir und ja da gehört zur Targa Florio eine ganze Menge dazu da gehört dazu das sind andere Menschen die sind so begeisterungsfähig die Menschen so Menschen habe ich vorher bei Rennen Hirn noch nie gesehen unglaublich wie die ja wie die fanatisch sind und wie die eifrig sind und also unglaublich wie die die Strecke säumen das ist ja rund rum stehen überall die Leute in den Dörfern und machen ein riesen Fest draus das das sind wie immer gesagt ich fahr ich fahr durch lebende Leitplanken das sind Fiat 500er Vespa am Rand das sind die Leitplanken gewesen und die stehen die standen die haben ein Vertrauen gehabt die haben nie geglaubt oder gedacht dass wir mal raus rutschen können da stehen die am Rande unglaublich ich weiß nicht wie das ausgegangen wäre wenn wirklich mal was passiert weiß ich nicht das kann ich nicht sagen aber die Begeisterung zum Beispiel der Nino Vaccarella das ist der Schullehrer aus Palermo und der ist auch ein schneller Mann das Ferrari und Alfa Romeo und so also schnell da war eine Allee da war an jedem Baum mit weißer Farbe von oben nach unten Nino drauf geschrieben mit Großbuchstaben wenn man da durch schauert Nino 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 Wahnsinn dann die Landschaft dort das ist so schön ich erinnere mich da gab es ein Klee Feld aus roter Klee das hat man im Renault noch krochen tatsächlich so das war so schön also wirklich und was wir sonst noch alles auch an Freundlichkeiten erlebt haben wir haben immer morgens trainiert um vier aufgestanden und trainieren weil ich habe gedacht oh Gott oh Gott das lernt man ja nie 72 Kilometer alle möglichen Hilfsmittel mit das weiß ich Strommasten und Plakatsäulen alles mögliche in sich reingezogen und dann sind wir da morgens gefahren bis zum Frühstück und dann über die Mittagszeit sind wir wieder gefahren Sträle und ihr fahrt jetzt wieder obwohl es da irre heiß war sagt er ihr fahren jetzt der Italiener isst am Mittags der speist und ihr fahrt dann ist die Strecke nicht so voll also richtig schon streng ist aber gut so und nach einem solchen Frühstück nee nicht vor einem Frühstück haben wir mal gesagt ich bin ja mit dem Julio Pucci gefahren das ist der Sohn von dem der hat einmal sein Vater hat auch gewonnen mit einem 904 das war sogar mit dem Dieter Schmidt Dieter Schmidt ist bei Sprele den Elfer gefahren dann sagt er weißt was jetzt frühstücken wir mal in Kulesano einfach so dann ich aber wo fragen wir jemand dann ist da ein älterer Mann gelaufen im Arbeitsanzug haben wir dann angesprochen oder so mit ja ähnlich deutsch italienisch gemisch schau gegangen da wüsste genau was besuchen dann hat er gesagt das ist kein Problem ich laufe jetzt vor euch her ihr fahrt ganz langsam mit dem Auto hinter mir ich laufe vorne schon das gell das ist und dann macht er so kleines kaffee und da sind wir rein da sagt er hier ist er auch schon mit dem Macarena gesessen zum frühstück und dann haben wir gefrühstückt und dann hat er ein bisschen erzählt das war ein ganz intelligenter Mann der war zur See gefahren und der war schon gut ist maurer gelernter maurer gewesen und dann wollte der noch am Ende unser Frühstück bezahlen das muss man sich mal vorstellen die Leute die eh nichts haben wollte sich gefreut haben dass der deutsche rennfahrer mit ihm frühstück aber das haben wir natürlich nicht geduldet und er kam dann und sagt so und ab jetzt ist Feiertag jetzt ist Tag an Florio dann kam der zur Abnahme zu Stadt und Ziel im grauen Anzug aber hallo aber schniege tolle grauen Anzug und hat zugeschaut was was da abläuft was das für Stellenwert man hatte im Motorsport aus heutiger Sicht ist das so weit weg das kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich es ist steril geworden also das war tolle Erlebnisse ich habe noch viel mehr in der Hinsicht wir haben mit unserem Überrollbügel den ich als ONS Zertifikat als in Ordnung hatte haben die mir dort nicht abgenommen nein haben sie gesagt wir arbeiten nach FIA und mit dem Zertifikat das gilt nichts so jetzt sind wir da gestanden jetzt haben wir noch Antonio Pucci der Vater aber das war alles schon noch bei Mitt Kaußen 71 ja 71 und ja was machen wir jetzt ja dann sind wir hat uns der Julio Pucci der Sohn Kolf hat gesagt er kennt einen Schmied in Cefalu in Cefalu waren wir stationiert das ist auf dem Weg von Palermo am Meer entlang bis wenn man so will bis rüber zum bis Regio Messina die Straße ist das tolles Land und da kennt er einen Schmied da sind wir dorthin ja hat er das so angeschaut ein junger gell ja ob er das machen könnte ja ja ob er ja er hat jetzt aber gerade nicht so viel Zeit also jetzt er muss jetzt zum Essen seine Mutter hat gerufen und er muss jetzt zum Essen also die Mama ist da was ganz wichtig ja ja in Italien ja und dann sagt er aber er macht es dann haben wir gesagt ja so können wir ein zwei Mechaniker dazustellen und ihm helfen nein 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 das mache ich alleine ja gut machen wir alleine der ist jetzt weiß nicht ist am anderen Tag also einen Tag hat er braucht ist der sagt er ist fertig der hat müssen hinter dem Fahrer diese Scheibe die hat er durchbrechen schöne runde Bohrung um da den Käfig durchzubohren um das Rohr das Rohr vom vom ja Bügel durch die Scheibe auf den Dom vom Dämpfer hinten das wollte er das wollten die da musste er abgestützt sein unser ist bloß so drin gestanden also die abgestützt hat der Durchbruch es wäre ganz nicht besser ich habe nur gestanden matt schwarz lagiert das war fertig das war nicht so professorisch halt ein bisschen matt schwarz fix und fertig und auch der Schmied war bei der Abnahme dort und hat geguckt was da passiert und das ging alles perfekt er ist heute noch so in dem Motor ein italienischer Schmied quasi die Abstützung des Bügels erfunden wenn man so toll also ganz toll oder das war unser Fehler uns ist schon mal bei der Probefahrt das Benzin ausgegangen mit meinem Meister von Sträle sind wir so in die Berge hineingefahren und haben einfach vergessen dass wir zu wenig Kraftstoff dabei haben dann sind wir stehen blieben sind wir standen auf der Straße und dann höre ich so sportliche Autotone jetzt müssen wir aufpassen wenn die rechtzeitig winkeln dass die uns auch sehen es kam ein Alfa fährt an uns vorbei vorne nach hält und sagt haben wir gesagt dass wir kein Benzin mehr haben kein Problem hat sein Auto umgedreht aus seiner Schnauze zu meiner Schnauze weil ich habe den Tank vorne dann hat er sein Verbindung Schläuchle von seinem Vergaser runtergemacht und zu mir rief er einen Schlauch in meinen Tank und hat er seinen Motor laufen lassen und hat mir Benzin gegeben das gibt es ja nicht und dann hat er es wieder zusammen und habe gesagt das ist jetzt okay ob er wisst wo die nächste Tankstelle ist und ich sage ja die ist gleich hier ein Stück vor noch und dann links der Berg hoch da ist eine Tankstelle dann hat er ihn was zahlen wollen aber nichts kein Problem zack sein Schlauch wieder weg das sind Dinge die jetzt kommt das nächste jetzt sind wir da hin zu der Tankstelle und wir haben tatsächlich auch kein Geld dabei das wurde ja perfekt vorbereitet jetzt fahre ich da rein also kriegst du mal Renault fahre ich da rein und haben dann gleich gesagt also pass auf Geld habe ich jetzt gerade kein dabei aber das bringe ich nach sofort heute nachher gleich bringe ich das Geld ja das ist kein Problem er hat mich voll gehandt mein Auto voll bis zum Stehgang und dann bin ich hinausgefahren auf Wiedersehen das muss man sicher ich habe gesagt jetzt stell den mal vor mir haltet auf der schwäbischen Alpe ist um so getangst die hat er jagt die doch fort wahrscheinlich schon ne ja und dann bin natürlich klein ich dorthin und hab ein paar Werbegeschenke dorthin gebracht ich habe das Land das hat mir immer mehr gefallen am Start am Start da steht man ja da spielt man alle 30 Sekunden fährt einer fort die schnellen zuerst da kommt so ein Kerl da her der hat WN Nummer gesagt bei uns WN da sagt er hey du sieben Hühnchen Nudeln da sage er das ist in Rimmstall wo Strähle ist ja da hätte er schon gearbeitet hat er gesagt da hätte er die Nudelfabrik geschafft also mir hat das gefallen mir haben die Leute gefallen die haben eine Begeisterung das gibt's gar nicht also das hört man immer von Rennfahrern aus ihrer Generation Taga Florio ist jedem so im Gedächtnis geblieben als ganz besonderes Erlebnis und besonderes Highlight des Rennkalenders eigentlich plus Nürburgring plus vielleicht noch was anderes aber Taga Florio von den Menschen her das ist schon die Begeisterung besonders gewesen das war also das war 71 72 bin ich mit dem Elfer mit der Strähle in den Elfer aufgesetzt meinst du das kannst du auch fahren hat er gesagt naja das kann ich auch naja war schönes Auto gelbes Auto mit dem Mords Strähle Wappen auf den Haube ganz bekannt irgendwie ich finde man sieht das immer in so Autobüchern ist immer dieses gelbe Strähle Auto so aufzusehen ganz tolles Auto und und Sie waren ja auch erfolgreich da eigentlich ich glaube Platz 3 in 1971 also das 73 72 war ich auch Sechster im Gesamten und Erster in der Klasse und 73 auch wieder Sechster und da war Gesamten nicht so hoch aber 72 hatten Sie noch einen Unfall oder? Gesamten 72 habe ich einen Unfall gehabt mit dem Elfer in der letzten Runde das darf mir niemand sagen aber das hat Strähle toll also ich bin das ist so da war ich an Vierterstelle da hat der Kinder Jendry schon gewartet vom Viet aus und die Sizilianer haben folgende komische Geschichte gehabt die haben immer Samstags nach Samstags ist gar kein Training da wird das Auto gerichtet Samstags haben die noch einmal an verschiedenen Stellen gesplittet frisch das heißt die erste Runde sowieso die erste Rennrunde musste man ungeheuer vorsichtig sein weil man ja nicht wusste wo liegt der Splitt an welchem Abschnitt und der Splitt der wird dann im Lauf des Rennens von der Ideallinie runter gefegt sozusagen und sammelt sich aber da am Rand richtig häufelt er sich an und ich komme an so eine Stelle noch in der letzten Runde und komme ein kleines bisschen zu weit also nicht viel ein kleines bisschen viel kannst ja nicht sonst liege ja schon der Hang drunter irgendwo in diesen angehöften Splitt lang und dann habe ich so einen Kilometer Stein getroffen und der hat mir nicht nur der Ralf kaputt gemacht sondern das ging weiter in Richtung Getriebe rein also das ging auf jeden Fall nicht mehr aber ich habe zunächst geglaubt sei nur der Reifen und habe noch den gewechselt habe mein Notrat drauf gemacht mit Hilfe von Sizilianern und sie werden nicht glauben die haben mich verstanden die haben mich Schwäbisch reden verstanden weil ich war so nervig und ich habe alles mit denen in Schwäbisch gesprochen und ich habe da vorne ist ein Ersatzrad drin und haben die raus geholt und dann haben sie geschraubt und geholfen und dann haben sie nicht gewusst wo sie hin sollen mit dem abmontierten weil das ist zu groß das passt nicht dort vornherein wo das andere raus kommt auf den Sitz nehmen Beifahrersitz rein und dann sitze ich rein stammt will wegfahren und bleib stehen das getriebe blockiert da ist was kaputt gegangen da sind solche kugeln der berg unter gerollt da war ich total fertig total und da war es dann auch so die wollten natürlich da ist gleich einer da gewachsen der hat mich in sein kleines Häuschen holen auf seinem Grundstück und da hat er ein Sofa und da hat zum Essen da und dann sage ich ich gehe nicht von dem Auto weg weil das hat noch keine batterierung keine lenkraten oder nichts mehr nicht aus vielleicht aus stehlen wollen das machen die zerlegen die das kann ich nicht ich muss beim Auto bleiben und dann kam und das hat mich natürlich ein bisschen auf gemundert wieder dann kam die Mannschaft sträle aber lang lang gedauert und alle strahlen und strahlen und strahlen und sammel sammel ich so spendet ihr jetzt ihr könnt doch nicht fröhlich sein wenn ich da raus rutsche ah sagt er du bist klassensieger und sechster und sechster im gesamt klasse was willst ich überhaupt obwohl sie die runde nicht zu ende fahren konnten die zählen da wohl haben da zählt die gesamt kilometer ja die da gewertet irgendwie und dann hab ich gedacht naja dann hab ich ein bisschen versöhnt ich hab noch voller Pogal gehabt aber es hat mir sehr sehr geschlaucht bis heute ja und dann kam mein dritter Einsatz also der Taga ist für mich immer noch das glaube ich und jetzt kam mein dritter 73 das war ein Werksauto wieder also hin und wieder ging ja doch was ich hab aber bei der Taga auch für das Haus schon viele Hilfsdienste während des Trainings zum Beispiel geleistet wenn der 900 8 Strich 3 auf der Strecke stand mit einem Blattfuß dann bin halt ich mit dem Rad in meinem Beifahrer sitzt zu dem hin und hat mir das gewechselt dort und solche Sachen wenn das nicht der Fall ist dann steht der draußen hat Porsche eigentlich noch profitiert ja natürlich vielleicht hat das auch voll belast vielleicht hat da bin ich ab und zu auge zugedruckt ich weiß hat auch mit Herbert Linge da haben sie auch genug Erfolge eingefahren und sie waren ja das ist ja das besondere aus heutiger Sicht sie waren immer montags wieder normal beim arbeiten ja 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 nicht dass man gesagt jetzt mache ich mal vier Tage Urlaub sondern gleich wieder an der Merkbank gestanden ja jetzt der Einsatz da unten in 73 war der war auch komisch ich war damals zeitlich so eingespannt und bin erst am Donnerstag oder so mit dem Flugzeug mit dem Porsche eigenen Flugzeug nach Palermo mitgeflogen ich bin da hinten drin gesessen zwischen Motoren und Felgen in dem Flugflieger und nach Palermo und dann komme ich in Palermo an dann holt mich ein Monteur ab mit dem Bus mit so Kastenwagen und die Teile natürlich dann sagt er was willst du hier ist ein bisschen witziger Kerl ich habe die Chance gekriegt ein Werksauto zu fahren das ist kaputt das ist nicht mehr da ich bitte jetzt hat mein Studio Putschi mein zweiter Mann hat auch scheinbar einen Unfall gehabt im Training Training da denke ich ja und jetzt dann ist wir dann heim nach Chevalu gefahren und dann haben wir mal mit dem Herrn Singer der verantwortlich war geredet und sagt ja gut jetzt schauen wir mal vielleicht können wir ein Muletto das heißt ein Muletto ist ein Trainingsauto mit dem alle Fahrer fahren alle ohne Rücksicht aus Verluste also der Muletto muss viel aushalten aber vielleicht können wir da einen richten für sie das wäre natürlich toll und das war dann auch so die haben also von Samstag auf Sonntag die ganze Nacht gearbeitet an dem Auto da bin ich auch da sitzen auch noch dabei bis um zwei oder so und dann ich sage so aber jetzt gehe ich und mache es gut von uns und am anderen Morgen kommt dann der Montell wieder per Achse rangefahren und sagt ich sage dir mit dem Auto hätte keinen Meter fahren das fährt nicht mal gerade aus hat er gesagt jetzt werden kommen jetzt lass uns mit dem Auto starten und wir gewöhnen uns an das Auto wir fühlen uns da ein und dann geht es schon gut wenn du meinst und dann sind wir sechste geworden und das war dieser fantastische RSR in diesem Martini Look der auf jedem poster drauf ist und Müller Lennep das war der Sieger aber jetzt kommt noch mal was ganz interessantes und tolles dieses Auto musste per Achse wieder bis Deutschland also heim gefahren werden der RSR Rennwagen aus Sizilien ja nicht gesagt kein Problem das mache ich haben Sie gemacht und war nur ein Handicap dabei das Auto musste mit einer hat einen Elektrik Fehler gehabt das musste mit einer Fremdbatterie gestartet werden immer also wenn ich abgestellt hätte hätte wie so mit der Batterie starten und dann habe ich das schon gewusst wie was ich mache ich bin mit den mit Zinger Zinger dabei sind wir nach Palermo gefahren per Achse und dort auf die Fähre fährt man eine Nacht mit der Fähre nach Neabel und dann in Neabel hat mir der Zinger und seine Grube noch mal kurz geholfen fremdzustatten auf der Fähre und dann bin ich runter gefahren von der Fähre und habe nicht ohne Motorabsteller bis heim gefahren und bei Tankstops haben sie immer laufen lassen immer laufen lassen wenn in die Tankstelle in Italien das war wie ich wohnen hätte davon gehe ich aus weil man mit so einem Rennwagen da noch rum fährt die haben eine Freude gehabt von Autoabsteller Motorabsteller hat kein Mensch was gesagt die auf den ruhig laufen lassen und die da verdammt wieder und das hat gut geklappt das muss man sich mal vorstellen mit so einem RSR einmal durch Italien und Deutschland nach Hause heute würde man gerne machen so das war Günther Steckkönig Teil 1 denn wir haben fast drei Stunden miteinander gesprochen und ich glaube so viel Zeit habt ihr nicht mal im Urlaub um das in einem Rutsch durch zu hören und darum gibt es in der nächsten Woche den nächsten Teil bis dahin bleibt gesund und lasst euch im teuren Ausland nicht blitzen oder im Parkverbot erwischen ich kann ein Lied von singen Infos Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de